Musik Sagt Ihnen der Name Joanne Carr-Rolling etwas? Richtig, die hat Harry Potter geschrieben. Circa eine Milliarde englische Pfund hat diese Dame inzwischen auf dem Konto. Da kann ich gut verstehen, wenn auch Sie gerne mal einen ähnlichen fetten Bestseller schreiben wollen. Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Schreib dich reich. Wobei ich Ihnen eins sagen muss. Sie müssen keinen zweiten Harry Potter aus dem Magierhut zaubern. Es gibt genügend andere Themen, mit denen Sie vorwiegend als Ratgeberautor richtig viel Geld machen können. Ich selbst habe über 50 Ratgeberbücher geschrieben. Und ich weiß daher, welche Qualität Sie unbedingt mitbringen müssen, wenn Sie auf den Spuren von Miss Rowling und anderen Bestsellerautoren wandeln wollen. Sie brauchen Durchhaltevermögen, müssen Ihre Selbstzweifel überwinden und benötigen vor allen Dingen ein populäres Thema. Bei all diesen Punkten kann ich Ihnen helfen. Und ich zeige Ihnen überdies, wie Sie Ihr spätes Werk zuverlässig veröffentlichen. Ohne Verlag, aber mit Erfolg. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgs-online.de nach weiteren Infos. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Und ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Aufmerksamkeit haben Sie, wie Sie Ihre Aufmerksamkeit haben Sie,